Hi meine Leute! Ja, da bin ich wieder! Ja Leute, ich bin zu Hause. Nein, nicht quer durch Deutschland. Ja, ich habe ein Quer durch Deutschland Video für Montag nur gemacht. Das ist nur ein kurzes. Und ja, das kommt für euch in der nächsten Woche dann zu sehen. Dieses Video seht ihr aber schon heute. Ja Leute, ich wollte mal berichten, was meinen letzten Samstage und den einen Sonntag sogar passiert ist. Ich habe dort auch Rücksprache mit der Polizei gemacht, die auch dazu steht, dass ich dieses Video hier drehen soll. Und ja, was Beleidigung und dieser Telefonate, die hier mich im Moment, sage ich mal Art in Klammern gesetzt, terrorisieren. Plus die sechs Pizzaboten oder vier oder fünf Pizzaboten, wie auch immer, die hier leider vorbeikommen mussten und ja, das Essen wieder mitnehmen mussten. Weil ich habe keine Pizza bestellt. Ich habe auch kein Essen bestellt und noch nicht mal von sechs Pizzaboten. So etwas würde ich gar nicht machen, weil ich gar nicht, äh, weil ich selbst koche. Ich versorge mich selber. Und dass irgendwelche Fremden aus dem Internet meinen, irgendwelche Unbekannten oder ich sage mal dazu, ähm, ohne mich strafbar zu machen, einfach Leute, die es einfach nicht lassen können, ähm, ja, äh, mir Pizza bestellen müssen. Obwohl ich gar keine Pizza bestellt habe. Ne, meine Adresse missbrauchen müssen, meine Daten missbrauchen müssen. Ich finde es ein Unding von euch. Ne, aber wisst ihr was? Ich lasse mir meinen Kanal nicht kaputt machen. Erstens habe ich das jetzt umgeändert mit den Kommentaren. Ist nur noch über, ich überprüfe sie. Und die Kommentare, die mir passen und mir gefallen, die schalte ich auch nur noch frei. Also ihr habt gar keine Chance mehr, solange ihr das nicht lasst, werde ich diesen Kanal einfach überprüfen. Ich habe genug Moderatoren, die das machen, denen ich vertrauen kann, die auch nicht meine Videos löschen würden, die nämlich die Videos in Ruhe lassen würden. Ne, und mein Video zu klauen, was ich sogar schon von YouTube gelöscht habe, was ich YouTube auch drum bitte, bei diesem anderen Kanal, wo es drauf ist, weil ich dieses Video gelöscht habe, es dort auch zu löschen. Wird derjenige oder YouTube nicht zu dieser Aufforderung kommen, muss ich leider zum Anwalt gehen, was mir wieder Geld kostet, YouTube dann auch Geld kosten würde. Es wäre nett von YouTube selber, dieses Video von diesem anderen Kanal auf der anderen Plattform zu löschen. Und erstens bin ich eine Person, so wie ich aussehe, sehe ich aus. Ich kann es nicht ändern. Mir ist es völlig egal, was ihr da schreibt oder was ihr da in diesem Titel da geschreibt habt. Das interessiert mich nicht. Ich habe mir das angeguckt. Ihr habt mir das Video weggenommen, was ich gelöscht habe, was ich aus meinem Kanal entfernt habe. Ich habe YouTube das mehrmals jetzt gemeldet und ich werde es nicht dulden, wenn es dort drin bleibt. Sollte derjenige von diesem Kanal es nicht selbst löschen, werde ich die Polizei darum bitten. Dann werde ich diesen Link der Polizei auch nochmal geben. Noch habe ich es zurückgehalten. Aber ich lasse es nicht lange dulden. Also Leute, lasst es. Lasst diese Sachen mit dieser Pizzabestellung. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich kenne dich auch nicht. Ich will dich auch gar nicht kennenlernen. Und ich würde so einen Scheiß niemals machen, weil es ist strafbar. Man darf es noch nicht mal, fremde Daten zu nutzen, wenn es noch nicht mal seine eigenen sind. Also lasst diese Sachen. Ich lasse mich nicht von ärgern. Ich mache meine Livestreams weiter, wie ich auch meine Videos weitermachen werde. Ich lasse mir das nicht kaputt machen. Nur weil du meinst, hier Terror zu machen. Ich kann auch mein Telefon rausziehen. Ich brauche einfach nur die VIP-Adresse, das Passwort kurz zu ändern. Dass es falsches Passwort ist, dann geht mein Telefon nämlich nicht mehr. So mache ich das. Das interessiert mich nicht. Die Leute wissen, wo sie mich erreichen können. Immer. Und das Handy, was du letztens angerufen hast, das ist mein Prepaid-Handy. Vergiss es. Da gehe ich eh nicht ran. Und das interessiert mich nicht. Also, ich habe auch noch mein Firmen-Handy. Also, pfff. Was würdest du von mir? Du kannst mich damit nicht ärgern. Ich mache meine Videos weiter. Und du such dir wen anders, den du dir ärgern kannst. Mich kannst du damit nicht mehr ärgern. Ich lasse mir nichts kaputt machen. Ich mache meine Livestreams weiter. Wen das passt, ist okay. Der soll bei mir als Abonnent bleiben. Ja, und wenn es mir so viele Abonnent bescherzt, so gesehen eine Art Push, bin ich dir mega dankbar. Von 233 auf 297 finde ich schon mega. Danke, dass ich fast 300 Abonnenten habe. Aber ich denke mal, der eine oder andere wird jetzt leider wieder gehen, weil du merkst, dass du mich nicht ärgern kannst. Ja, die Polizei steht hinter mir. Bin ich auch froh drüber. Ich bin froh, wenn sie dich doch rausfinden. Auch wenn du diese ganzen Anonymtechnik da genutzt hast. Weißt du, dich nämlich nicht traust, direkt vor mir zu stehen und direkt mit mir zu reden. Ich traue mich das. Ich traue es mir nicht sogar, hier dieses Video zu veröffentlichen. Aber du bist so feige und bleibst in deiner Anonymität. Überlegs mal, was du damit anrichtest. Und was für Strafen auf dich zukommen. Ich würde es nicht persönlich machen, sowas. Ich lasse die Leute auch alle in Ruhe. Und mache einfach nur meine Videos, weil ich Spaß damit habe, weil es ein Hobby ist. Was andere Leute immer wieder versuchen, kaputt zu machen. So, das ist jetzt mein Aufklärungsvideo hier. Und das sollte es auch erstmal gewesen sein. Das sollte auch nicht zu lang werden. Und ja, ich habe mich jetzt schon wieder beruhigt. Ich freue mich schon auf das nächste Livestream, der natürlich heute nicht werden werde, weil heute muss ich erstmal hier meinen Haushalt machen. Und Leute, ihr denkt, ich sitze im Rollstuhl. Das ist auch ein Fehler. Das kann ich so oft sagen, dass ich das nicht tue. Ne, ich bearbeite meine Videos nicht. Ich retagiere das auch nicht weg, weil so ein Programm habe ich gar nicht. Ich kann die Videos zusammenfügen und das war's, Leute. Mehr kann ich gar nicht mit diesem Programm. Also, ich kann da auch nicht Effekte reinmachen oder sonst was. Wenn das sind, sind das irgendwelche Spielereflektionen, was weiß ich, keine Ahnung. So technisch begabt bin ich mit diesem Videoschnittprogramm auch nicht. Und, Leute, ich laufe ganz normal. Ich kenne genug Leute, die leider im Rollstuhl sitzen. Finde ich auch nicht schön. Aber es ist nun mal so. Die sitzen dann leider im Rollstuhl. Sollen sie auch zu stehen, ist auch völlig in Ordnung, ist auch völlig für mich legitim. Ich laufe hier ganz normal mit meinen Schuhen. Ich kann's euch auch gerne zeigen. Ich stehe. Und nein, es ist kein Fake. Es ist nicht bearbeitet. Ich hab manchmal meinen Rollstuhl rausrecherchiert. Und das Einzige, was ich habe, ich habe halt leider keinen Gaming-Stuhl wie andere große YouTuber. Ich bin nur ein kleiner YouTuber. Was wollt ihr von mir? Warum müssen immer die Kleinen darunter leiden? Lass die doch einfach in Frieden ihre Videos machen. Die haben Spaß da dran. Ne? Ich mag alle großen YouTuber. Ich mag die alle. Ne? Und, ähm, ich würde auch alle abonnieren. Aber ich hab nur die abonniert, die ich am liebsten gucke. Ne? Und so soll das mit mir auch sein. Wer mich halt gerne guckt, der soll mich gucken, der soll mir ein Like da lassen, der soll ein Abo da lassen. Bin ich auch mega dankbar für. Und, es ist ein ganz normaler Bürostuhl, den ich nun mal geerbt habe. Ne? Und mehr nicht. Den hab ich halt schon lange. Ich werd mir auch keinen Gaming-Stuhl kaufen. Ich bin mit diesem Bürostuhl zufrieden. Und lass dieses Wort, weil, ich habe mir gesagt, ich werde die Kommentare eh nicht mehr freischalten, die, ähm, mit sein sollten, mit Rollstuhl oder irgendwas zu bedeuten hat. Das wird einfach nicht mehr freigeschaltet. Im Chat, im Live-Chat hab ich meine Moderatoren, die kümmern sich da genauso drum. Mit denen hab ich mich auch abgesprochen. Also vergisst es, Leute. Es hat keinen Sinn. So. Und nun jetzt hier Schluss. Wäre schön, wenn euch dieses Video trotzdem gefällt, ein Like da zu lassen. Und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das war jetzt mal mein Wort vom Sonntag. Ja. Oder von dem Zwei-Wochen-Ende. Und danke schön, dass du mir mein Kind geweckt hast und ich es wieder ins Bett kriegen musste. Auch wenn ich das im Livestream nicht mitgekriegt habe. Das hab ich gut hingekriegt. Also. Lasst mich damit in Ruhe. Dankeschön.